So, hallo euch allen, da sind wir wieder mit dem nächsten Daily innerhalb der Madden Ultimate Team Heroes Serie. Gleiche Konstellation wie gestern. Das heißt, das Spiel fängt wieder nach der Halbzeit an. Wir sind wieder in einem Rückstand. Wie hoch der Rückstand ist, weiß ich jetzt noch nicht. Unterschied natürlich der Gegner. Wir spielen heute in Baltimore gegen die Baltimore Ravens. Und ich habe die Befürchtung, dass das zwar ein bisschen aufregender, wie die ersten paar Challenges über die gesamte Spielzeit wird, aber auch nicht so, dass man vor Spannung die Fingernägel in die Lehne seines Sessels haut. Aber wir sind mal gespannt, was denn da auf uns zukommt. Hier ist der Vorspann. So, da ist mein Team angeführt von Aaron Rodgers. Da sind die Ravens, Jander, Smith und Mosley. So, dann schauen wir mal. Wir liegen mit sechs Punkten hinten, also ähnlich ist genau die gleiche Konstellation, glaube ich, wie gestern nur. Ah, wir bekommen den... Wir fangen nicht an. Doch, fangen wir doch. Wir returnen. Wir returnieren. Beginn des dritten Quarters. Vier Minuten pro Quarter. Los geht's. Dann schauen wir mal, was wir hier in Baltimore schaffen können. Wir schaffen schon mal den Ball bis an die 39-Jahr-Linie zurückzubringen. War auch ein schwacher Kick. So, alle Auszeiten natürlich vorhanden. Wir gehen in den Strategie-Bereich hinein. Und schauen wir, dass wir erstmal unser Laufspiel etablieren. So. Missverhältnis zu den Vorblockern. Das heißt, ich gehe sofort übers Audible in den Passspielzug. So, oh, Barclay, habe ich gedacht, der wäre freier. Aber der braucht keinen Freiraum. Der ist... Dem muss man nur den Ball geben. Und der ist weg. Geht noch einen kleinen Versuchsblock. Erster Spielzug. Touchdown. Und schon ist der Rückstand aufgeholt. Entschuldigung, dass ich lachen muss, aber das hat mich vertan an das Spiel, das wir gestern hatten. Da lief es, glaube ich, ganz genauso. So. Der Kick war auch gut. Wir haben die Führung. Der ganze Spaß hat jetzt 15 Sekunden gedauert. Was würde ist, wir haben noch 7 Minuten und 45 Sekunden auf der Uhr. Die wir noch irgendwie füllen müssen. Aber auch das bekommen wir bestimmt hin. So, unser Kick geht bis in die Endzone der Ravens. Das wird aber retourniert. Bis zur 21 Jagd. Die hätten besser abgekniet. Dann hätten die Ravens an der 25 anfangen dürfen. So. Einmal schnell unsere Defense einstellen. Ja, ich hätte jetzt auch... Ich hätte meinen Coach gebeten. Coach, lass mich bitte blitzen. Finden wir, was wir unsere Sexstatistik tun. Was hier auch nicht verkehrt ist. So. Erst 9. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. Durch die Mitte. Die raus durch die Mitte. Rigoros gestoppt. Wir haben einen zweiten Versuch und 11. Wir können nicht, wir können nicht in jedem Spiel zu blitzen. Ja. Wir wechseln das immer schön ab, denke ich. Jetzt nehmen wir eine Zone Defense, eine Cover 4. Druck auf den quarterback, kann ich bis dazu noch nicht aufbauen von meiner Seite aus. Schöner Lauf von Alan, dritter und fünf. Nein, 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 Alan, was bitte, sondern was Tackling gemacht, wollte ich gerade sagen. So, dritter und fünf. Jetzt würde ich gerne wieder blitzen, aber jetzt will mein Coach, glaube ich, nicht mehr, oder? Nö, will er nicht. Ähm, dann nehmen wir eine Cover-Tweep. Ich glaube, wir müssen hier irgendwie an Fleckor rankommen. Pass über die Außen, vollständiger Pass, First Down, Raven. So, damit sind wir hier an der 34-Jahr-Linie. Erster Versuch hier, Blitzen, Overlord. Blitz haben wir ausgewählt. Schneller Pass von Fleckor, genau das richtige Mittel gegen den Blitz. Nah an die First Down-Markierung her, reicht man nicht ganz drüber, nein, zweites und eins. Zweiter Versuch. Mein Coach möchte wieder blitzen. Wir gehen mal mit unserem Coach. Thundersmoke. Wir variieren natürlich die Blitze so ein bisschen durch. Lauf. Oh, über die Außen, Gott sei Dank, war da noch ein Verteidiger, der ihn aufhalten hat. Drittes Down-und-4, also der Blitz. Couch war gut, Entschuldigung, dass ich gezweifelt habe. Wir gehen jetzt in eine Temper-2, weil Fleckor eben ja nach außen geworfen hat beim dritten Versuch. Normalerweise werde ich eine Cover-3 genommen. Aber ich schaue mal, ob ich das richtig antizipiert habe. Antizipiert, Mann, schweres Wort. So, haben wir nicht, aber der Ball ging über die Mitte, aber ist trotzdem nicht angekommen bei Receiver. Vierter und Vier. Das heißt, die Ravens geben den Ball ab. Haben immerhin einen First Down geschafft. Das muss man hier bei den Dailies ja schon positiv erwähnen. Ja, da sieht man, also ich spiele nicht anders, ich versuche nicht anders zu spielen. Also wenn ich mit meinen Cowboys hier auf den Parts wäre und Sanders dort hinten steht. Aber das ist ein himmelweiter Unterschied. Und Hopkins ist kein schlechter, bitte nicht falsch verstehen. So, Half-Pack-Stretch, wir laufen über die Außen, allerdings schaue ich mal. Doch, wir laufen über die Außen, obwohl das Verhältnis der Blockern steht. Aber wir laufen ja eben über die Außenseite hin. Da kriegen wir gute Blocks. Ich ahne, ja, Schakam-Barkley hatte mal zum zweiten Mal den Ball, sagt er sich. Okay, dann zweiter Touchdown. Also die Defense-Leistung in den Dailies ist eine Katastrophe. Das ist ganz schlecht, was unsere Gegner hier zeigen. Wir haben das 14 zu 6. Und die Ravens dürfen wieder mit dem Ball spielen. So, da kommt der Return. Schöner Move. Bis zur 28-Jag-Linie. Hier starten jetzt die Ravens ihre nächste Anriffssequenz. Ähm, Thunder Smoke. Wir blitzen im ersten Versuch wieder. Laufspielzug. Aber rigoros unterbrochen. Zweiter und neun. Ähm, Under Smoke blitzt. Wir bleiben dabei. Wir setzen jetzt mal die Ravens unter Dauerdruck. Wir haben bei dem Spielstand. Das gibt wohl nichts mehr. Nein. Das Quarter ist vorbei. Wir gehen ins letzte Quarter. Spielstand 14 zu 6. Es ist nur ein One-Score-Game, aber... Ich hab da enorme Zweifel, dass sie zurückkommen werden. So, Cover 3. Wir bekommen keinen Blitz von unserem Coach angeboten. Was so eine Quarter-Wechselpause für ein Umdenken bei unseren Coaches sorgen kann. Interessant. So. Mit versuchendem Druck. Kein Druck. Oh! Da hat mein... Da sah mein... Das war der Cornerback. Das sah ja aber ganz, ganz schlecht aus. Da hat er schon wieder sich zu sehr in Richtung des Balles orientiert. Und... Ähm... Dabei leider den Ball unterschätzt. Wurde überworfen. Der Receiver war frei. Das hätte mal viel schlimmer ausgehen können. Ja. Idealer Pass vom Fleckow. Das passiert bei diesem Double-Safety-Blitz, den wir gerade gespielt haben. Er musste einfach nur den Ball... Das war ein Lob. Nichts anderes. Jetzt versuchen sie die Two-Point-Conversion. Wenn sie die schaffen, haben wir einen Ausgleich. Wie gesagt, auf der Schwierigkeitsstufe... Manchmal jetzt sagen wir nicht den Schädel drum. Ich muss ja gleich nur Schakon-Bark dem Wurst den Ball geben. Sehr kurios. Zwei Defender schaffen es nicht, Fleckow zu second. Und der Ball, der dann gut geworfen wurde, wird von dem Receiver der Ravens in der Endzone nicht gefangen. So bleiben wir in Führung. 14 zu 12. Ja, ich spiele ein bisschen arrogant. Ich gebe es ja ehrlich offen und ehrlich zu. Aber wie gesagt, das ist sonst einfach so einzönig langweilig. Hopkins. Kommt der durch? Jawohl. Sehen wir einen Kick-of-Return-Touchdown? Den sehen wir. Er ist durch. Endzone. Ja, das war die perfekte Antwort. Mag der wird ein bisschen wirklich sein. Der hätte gerne den Ball ein drittes Mal gehabt, um unseren dritten Touchdown zu machen. Aber so steht es 21 zu 12. Wir haben also eine 9-Punkte-Führung und jetzt haben wir definitiv ein Two-Score-Game. Das heißt, die Ravens können nicht mit einem Score einen Ausgleich dieses Spielstandes herstellen. Sie müssen also zweimal scoren. So, der Return ist erfolgt. Die Ravens beginnen an der 28-Jahr-Tin. Wir haben noch drei Minuten auf der Uhr. Die Ravens haben auch noch alle drei Auszeiten. Wir sind jetzt mit den Blitzen mal ein bisschen vorsichtiger, ne? Vor allem mit den Blitzen, die man so eindeutig identifizieren kann. Schneller Pass, schnelle Reception. Fünf Yards Raum gewinnen. Damit sind die Ravens an der 33-Yard-Linie. Ja, wir nehmen dann weiter in die Cover-Tree. Da sah schon wieder mein Verteidiger nicht gut aus. Da war er schon wieder hinten dran. Wieder so ein Lob-Pass von Fleckow. Wieder war mein Receiver nicht gut positioniert. Completion. First Down. Jetzt an der 41. Wir gehen in die Cover vor. Der Pass ins Niemandsland. 2010. So. Wir wechseln in eine Cover-Tree. Sehr schön verteidigt. Da hat er seinen Fehler von eben wieder gut gemacht. Dritter und 10. Das ist jetzt der Punkt, wo ich weiß, ich habe meine Receiver auch entsprechend darauf ausgemünzt, dass sie versuchen sollen natürlich, den Ball zu fangen und ihn nicht einfach abzuschlagen. Hier war es genau richtig so. Er hat den Ball weggeschlagen, hätte auch hier versucht auf Interception zu gehen. Hätte schon wieder eine Reception am Ende stehen können. Screen-Pass, deswegen kann meine Verteidiger so gut durch. Aber dann doch das Tackle. Wir haben einen vierten Versuch und fünf. Kurz vor der 2-Minute Warning und ich denke, ja, so ist es, die Ravens werden diesen Versuch ausspielen, aber erst nach dem Pfiff. 2-Minute Warning. 2-Minute Warning. So. 4.5 an der 46-Jagline der Ravens. Schauen wir mal, ob sie diesen Versuch umwandeln können in ein neues First Down. Wieder gut verteidigt. Ich habe eben meine Defense ein bisschen beschimpft. Jetzt muss ich sie loben. Das haben sie sehr, sehr gut gemacht. So, Turnover und Downs. Wir bekommen den Ball jetzt schon an der 46-Jaglinie der Ravens. Das kehrt sich ja genau um. Da wechsle ich auf einen Passspielzug, weil ich da... Das gefällt mir überhaupt nicht, dass ich da rechts... Kommt, glaube ich, ein Linebacker so schnell durch, so schnell kann ich nicht bis drei zählen. Ich gehe auf Hopkins, der ist da frei. Okay, hat die Reception, Spin-Move und ist in der Endzone. Dritter Kontakt, meine Offense, dritter Touchdown. So, es war noch eine 2... Jetzt habe ich mich komplett verklickt, weil ich nie damit gerechnet habe, dass hier wirklich eine 2-Point-Conversion kommt. Ich werde mich aber auf F, also das eine Play-Action-Spiel zu brauchen. Kann ich da noch ein Audible draus machen? Ja, zumindest ein Slend. So, ich gehe auf Hopkins. Hopkins ist leider nicht gedeckt. Einer der... Der Linebacker ist stehen geblieben in der Passroute. Ich glaube, wir haben 27 zu 12. So, die Ravens, der Turnieren, kriegt da mächtig einen mit. Erster Versuch, Ravens an der 28-Jahr-Linie. Noch 1,43 auf der Uhr. Wir gehen mit einer Cover-4-Defense. Jetzt haben wir Fleckow. Das wurde auch mal Zeit. So, dann bleiben wir in der Cover-4. Zweite und 17. Kein Druck, aber der Ball war auch nicht gut geworfen. Der war nicht gut geworfen und der Receiver war auch noch gut gedeckt. Also da klebte ein Verteidiger an ihn dran. Dritter Versuch und 17. Wir machen hinten alles schön dicht. Da kommt der Weite Ball von Fleckow. Und da ist die Intercept. Das, was er eben vorhatte, jetzt hat er es geschafft. True Font. Wow. Oh, der Mirus darf Klose-Salto. Erster Versuch an der 47-Jahr-Linie. So, wir laufen. Ja, über die Außen, das sieht gut aus. Das setzen wir auch so um. Mein Gott, ich bin nicht in die Endzone gekommen. Timeout der Ravens. So, ein Laufspiel wäre angedacht gewesen über die Mitte. Aber da ist alles zu, was die Problöcke angeht. Oh, da habe ich mich, glaube ich, gerade von Klet verklickt. Da sind wir auf irgendeinen Knopf gekommen, auf den wir nicht hätten kommen dürfen. Kann ich, jetzt kriege ich auch kein Audible mehr hin. Ah, laufen wir durch die Mitte. Oder auch nicht, weil die ist nämlich zu. Rakete bindet sich, dreht sich. Kommt aber nicht in die Nähe des First Downs. Ähm, 2006 Inside Zone. Zweite Auszeit der Ravens übrigens. Die Uhr läuft gerade nicht weiter. So, das sieht aber jetzt gut aus. Laufen wir innen über die rechte Seite. Auf dem Linebacker ein bisschen weg. Haben wir das First Down. Letzte Auszeit der Ravens. Halfback Dive durch die Mitte einfach. Ich nehme einfach nur ein bisschen Zeit von der Uhr nehmen. Sofern das die, ähm, die Defense von der Aufstellung her mitmacht, halten wir den Ball auf den Boden. So, ich wollte über die Mitte laufen, aber da war so viel frei auf der linken Seite. Sind wir leider ins Aus gegangen, glaube ich, ist die Uhr wieder angehalten. Passiert nicht mit Absicht, ich möchte die Ravens nicht vorführen. Aber wir laufen über die Außen. Und sind in der Endzone. Oder Barkley seinen dritten Touchdown. So, diesmal kommt kein Two-Point-Conversion-Versuch. Sondern hier jetzt der Kick zum 34 zu 12. Die Ravens bekommen den Ball noch einmal. Wir haben noch 51 Sekunden auf der Uhr. So, Cover-Tree. Ganz konservativ. Ich hoffe, Sie sind jetzt auch mit konservativen Spielzügen unterwegs. Also, kurzen Fessen kann ich ein paar Läufen rein. Fleckow packt wieder einen aus. Passend dazu wirft er den Ball auch ins Aus. Wir gehen in den Cover vor. Man merkt schon, ja, das ist auch, das ist nicht so interessant. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich freue mich, da noch ein paar Solo-Battles jetzt am Wochenende zu spielen. Da freue ich mich deutlich mehr drauf. So, ein paar schöne Challenges haben wir auch noch. Das war ein Déjà-vu, war glaube ich der gleiche wie gerade eben. So, und damit haben wir den dritten Versuch und zehn. Also, der Fleckow hat aber auch Spaß daran, alles in die Länge zu ziehen. Da kommt der Pass. Unvollständig. Dreimal geworfen, dreimal unvollständig. Jetzt kommt der Punch. Ich fange, glaube ich, keine 20 Sekunden Ballbesitz. Oh, hier kommt der Return. Super, da bin ich mit meinen eigenen Mannschaftskameraden gelaufen. Das hat den Return natürlich extrem verkürzt. Ich fange an, der 35er hat den hier, der Ravens, an. Da habe ich mich, glaube ich, gerade ver... Ja, ich habe mich ver... Ich habe den Quarterback Neal ausgewählt versehen. Jetzt seht ihr den auch mal. Den werden wir, wie gesagt, nicht allzu oft sehen. Ich habe ihm jetzt also einen Daumen geschenkt. Wir laufen. Wie gesagt, ich bin kein Freund vom Abknien, deswegen. Das war wirklich nicht versehen. Da war der Daumen schneller als das Gehirn. Was eigentlich nie eine gute Konstellation ist. So, Barclay läuft nicht zu tacklen. 4, 3, 2, 1, Endzone. Mein Gott. Also da ist keine Defense auf dem Feld. Da muss man einfach sagen. Ich glaube, wenn ich jetzt passen würde die ganze Zeit, wäre es genauso einfach. Also die sind, die sind weh, dass man so sagen kann, boah, die sind aber bestimmt gut gegen den Pass. Nein, sind sie nicht. Hat man ja gesehen, als Hopkins seinen Touchdown erzielte. Das ist einfach nur nicht gut. Aber es hat ja wirklich Schwierigkeiten gerade. Spiel ist aus. Wir haben eine Soverein gewonnen. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao.